willkommen auf unserem neuen newsfeed channel bei uns gibt es immer die neuesten top 5 themen des tages in nur wenigen sekunden zusammengefasst nun wünsche ich euch viel spaß dabei sri lanka besuch in einem feld state sri lanka galt einmal als sehnsuchtsort jetzt ist das südasiatische land bankrott auch der tourismus ist auf der insel fast zusammengebrochen so werden die letzten urlauber hofiert gibt uns dein feedback und sag uns was wir vielleicht verbessern sollten hinterlass uns dazu einfach ein kommentar unter dem video und zum schluss noch ein kleiner hinweis wenn der artikel bei dir interesse geweckt hat die links zum vollständigen thema findest du wie immer unten in der beschreibung hinterlasse uns einmal die glocke eingefällt mir und schnell noch auf abonnieren damit du nichts mehr verpasst danke fürs zuhören bis bald dein news channel